ok bis hierhin kann ich das ziehen und nicht weiter das heißt es ist zerrissen ja dann nimmt doch die andere sit line um hier wieder hoch zu kommen durch muss was trinken ich bin gut wenn man einfach nicht weitergehen könnte wenn es dir das vorher sagen würde okay das seil ist so lang ist so stark und so weit bist du gegangen einfach schon alles verrottet hier lecker ich hoffe das endet bald mit dem scheiß wetter okay test fliegt das vorbei hast du es losgeschossen ja das fliegt vorbei gut ich weiß zwar nicht wo es durch fliegt aber scheinbar wir machen einfach nur fucking katapult geht's oder was ich komme hier nicht mehr raus gut 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 ich doch mal durchschießen stärker klickst du das so schnell ich kann kann es auch einfach gedrückt halten ich habe das gefühl das holz wird einfach verschwinden wenn ich es darüber schicke jetzt fliegt einfach weiter darüber nur weil ich jetzt den einen block dahin gesetzt habe oder was ja land ist jetzt da drin fixen holz auf dem kopf hat auch nicht geschossen das war das für geräusch gehört jetzt haben sie es hier aber waren sie schon mal in baden-wittenberg nioh nioh ich habe über 20 du hast die ersten seit der letzten session ich schicke da gleich neues du bist ein bisschen begraben da fällt auch schon das erste zeug runter das wollte ich das war Asterix für spanisch die stelle geht aber an bis Asterix für spanisch ja die stelle in Asterix für spanisch kann ich da nichts hinsetzen plötzlich keine Ahnung bin ich jetzt hier begraben Freiheit Hashtag Freiheit ne wo ich aus irgendeinem Grund ne Forrest Folge zu gemacht hab gut die jetzt einfach heißt ich stehe nicht mehr hinter diesem Video gut und was geht's da umgespielt gut das war ja das mit Mediakraft oh die lassen den ja nicht einfach seinen Vertrag brechen das ist ja schlimm was für Arschlöcher dass der nicht einfach Vertragsbruch begehen darf doch Vertrag den er selber unterschrieben hat also das das geht ja nicht nüchtern warum kann man da eigentlich nichts mehr drunter nüchtern nüchtern spielt das wollte ich glaubst du der ist nüchtern glaubst du der hat nüchtern was man nüchtern nochmal von äh fährt glaube ich die Nasenlöcher gut weiß es nicht genau aber ich glaube das ist es jedenfalls muss ich daran denken wenn ich das Wort höre also gehe ich davon aus nüchtern Nasenloch begrüße nicht jedem besonders beim Pferd sag ich ja ich kenne mich aus war mir zwar nicht sicher aber ich kenne mich aus du musst es wissen du bist ein Brony und ich hab mal geritten das kann nicht jeder behaupten du hast gelitten das auch ich verstehe nicht warum ich da kein Holz hinsetzen kann was ist hier los äh das geht doch hier auch ich würde nichts wegnehmen was ist da denn anders wo geht das auch auf der anderen Seite hattest du da die Rampe vorher oder nachher gebaut die Ramp habe ich ganz als erstes gebaut gut die Schuheanlagen auch Deichmann warum Deichmann Schuheanlagen Schuhe im Argen Schuhe im Argen Schuhe im Argen ich mag nicht dass das hier offen bleiben wird Schuhe takumi Schuhe im Argen Geht das nicht es geht bei allem anderen aber da dann nicht das wäre auch eigentlich cool oder aber dann das haben wir ja hier auch nicht außerdem können wir dann hier nicht mehr durch und dann von unten wieder was wegnimmt kanal vielleicht denkt sich das dann oder nicht das habe ich so aber nicht gemacht vielleicht funktioniert so aber ich mache das jetzt lieber so wie ich setze das wollte ich nicht das kann ich dann jetzt wieder nicht rausnehmen willst du mich verarschen ist doch nicht wichtig für irgendwas strukturelle intensität zeigt nicht dass das wegen dem turm ist den du da drauf gesetzt dass der halt vorher nicht da war das wäre dann halt wirklich bullshit das kann ich dann halt auch nicht mal mehr entfernen oder wie seit wirklich wegen dem turm warum habe ich eine black screen keine ahnung du sitzt da willst du kein black screen haben ich sehe den wasser flair maseltoff quit yes maseltoff ich finde schön dass der übrigens ein charakter einfach aus wo frame jetzt ist oder zumindest schon länger ist weil eine sache gesagt hat die ein charakter aus wo frame macht der meint wenn die zu maß gehen da könntest du wenn du dir das nicht leisten kannst ja auch einfach ein dingens annehmen so eine schulden dingen hier war ja schon und das das abarbeiten und du weißt ja auch frame fortuna was machen die hat da halt einfach ich fühlst du dich Halt Ich weiß nicht was du meinst Ich habe es mal so Äh Ich schlieb dir gerade ein Bild auf Discord gleich Was wollte ich? Wo sieht mein Spiel hier gerade aus? Du siehst das Spiel noch? Ich habe kein Blickscreen, aber ich sehe keinen Scheiß So gut, dann sieht es halt nicht scheiße aus Wenn du keinen Scheiß siehst Ich kann ja mal neben dir stehen Warum seht ihr so viele Hasen? Ach das sind Babys Ach die kannst du dann abschießen oder was? Ich schieße einfach nur in die Riesen wo ich stand Ich glaube die sind alle tot Hallo Oh Gott Ich habe doch gerade nur deine Nase durch so eine Textur wie durchgesehen Einfach plötzlich habe ich so eine riesige Nase im Gesicht Einfach plötzlich habe ich so eine riesige Nase im Gesicht War genau Hör auf auf mich zu schießen Du hast dich geschlagen Du bist in mich reingerannt Du hast dich geschlagen Und deswegen schieße ich dir jetzt eine Kugel in die Kugel in die Kugel Gut doch von meinem Piorama, ihr Rothäute Gut Tolle Geräusche macht die Säge Ich habe das in fünf Sekunden wieder normal gesehen Ich sehe gerade normal Vielleicht ist es einfach nur dieser Ort hier Ich habe das in fünf Sekunden wieder normal gesehen Wenn ich ihn Wenn ich so gucke Sehe ich alles normal Wenn ich mich ein bisschen nach links sehe Denk der Scheiß wieder Das hinterher komplett von links ist nicht immer drauf Und bei der Base hat sich das Problem nicht Du, der geht doch wieder hoch Ich habe gerade mit der Säge zugeschlagen Ich habe gerade mit der Säge zugeschlagen Gut So von oben Doch Ich glaub, du weißt, ob dir das geht. Das sind einfach komplett andere Strophen an falschen Stellen. Schick dir was hoch. Und dann einfach auch in einer komplett anderen... ...Wohnart auch. Keine Ahnung, ich spiel keine schlechten Spiele. Autofarker 6 vielleicht. Ja, ich weiß aber nicht, was das damit zu tun haben soll. Oh ne, nicht schon wieder! Du kannst ja schon mal versuchen, auf eins von denen... ...ein Dach drauf zu setzen. Erstmal, ein Flachdach. Ich könnte einfach meine fucking Grafikkarte sterben. Hier ist Virginia. Ja. Wie... ...gut. Alles, was wir grad gemacht haben, ist weg! Ist das Spiel gecrasht? Ja! Nicht. Was soll das? Zwei Stufen haben wir schon. Also mein PC... ...mein PC beschwert sich... ...sehr... ...über das Spiel. Ja, was... ...was machen wir dann? Keine Ahnung, meine CPU hat grad 90 Grad gehabt. Ja, das haben die bei mir ständig. Gut. Hä? Äh... Soll ich das wieder anmachen oder nicht? Sagen machen wir morgen noch mit Forrest einfach. Ob wir wieder das neue auf... ...also das gleiche aufbauen oder soll ich das einfach... Das... ...keine Ahnung, äh... ...mach das so aufskülen oder so? Ja. Wenn du das so sagst... ...wenn die irgendwie... ...keine Ahnung... ...könlichst du oder so guckst, das ist ja nicht. Wenn du das so sagst... Wenn ich das so sag... Ja gut, dann... ...wenden wir das hier. Wir haben hier... ...zwei Stunden, also können wir daraus... ...vier Folgen machen. Ja... ...zwei Stunden mit... ...keine Ahnung... ...einer Stunde Progres. War das jetzt zuletzt gespeichert? Als wir unser Zeug zurückgebracht haben. Oh. Es war so ziemlich in den ersten 10 Minuten. Nett. Ja, das hat sich gelohnt. Das war toll. Guter Scream. Toller Scream. Warum könnt ihr euer Spiel nicht... vernünftig lassen? Wie zwar am Anfang. Warum müsst ihr bei uns die Bugs reinmachen, aber bei anderen die Bugs rausmachen? Was soll das? Das ist schon wieder diese Bevorzugung. Hallo, ich bin Premium hier. Ich bin hier... äh... Das ist damit... Das ist damit wir eine bessere Challenge haben. Ich weiß noch, damals im ersten Spiel, da sind ständig Leute gestorben. Okay. Ähm... Da sind ständig Leute gestorben, weil die einfach nur irgendein Tier äh... gehäutet haben und dann hochgeflogen sind. Und dann äh... sind die dabei gestorben. Mir ist das einmal passiert. Ich bin hochgeflogen, hab das einfach überlebt. War nicht mal Schaden. Ja, schön. Ich dengel meine Balls auch manchmal. Was?